Der FC Bayern gewinnt in Mainz mit 0 zu 4 und zieht somit ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Eine souveräne Leistung und was noch dazu kommt, sie haben jetzt in den einen Spiel mehr Tore geschossen als in den letzten drei zusammen. Das spricht einiges über die letzten drei Spiele. Aber egal, ich muss auch sagen, ein Kompliment an Mainz, die haben das super gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. Bayern ist in Führung gegangen, das Choupo-Moting, Cancelo hat sich mal gleich eingebracht mit einer super Flanke. Choupo-Moting mit einem super Tor, freut mich für ihn, dass er getroffen hat. Und das 2 zu 0 von Musiala, das war einfach nur Zucker, einfach nur Zucker, wie er das macht. Mit links, abschließt unten in der Ecke, besser kann man das nicht machen. Und auch das 0 zu 3 war super rausgespielt, super Ballannahme, super Pass auf Sané, der macht das Ding 0 zu 3. Und das war dann quasi schon die Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der zweiten Halbzeit hat mir Mainz besser gefallen. Die haben nicht aufgegeben und da muss man auch wirklich die Props sagen. Und vor allem, dass die mehr als Selbstbewusstsein haben und auf jeden Fall Willenskraft haben, um Willenstärke, das noch so durchzuziehen. Und sie hätten sich auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Es war dann allerdings Alphonso Davies, der noch kurz vor Schluss das 0 zu 4 machte. Und unter anderem sind noch der Trainer und Hack vom Platz geflogen. Aber wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, Abonniere nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.